Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wussten Sie, dass ein winziges, oft übersehendes Mineral den Unterschied machen könnte zwischen ständiger Erschöpfung und neuer Energie? Zwischen schlechter Stimmung und einem positiven Lebensgefühl? Lithium ist ein essentielles Spurenelement. Genauer gesagt ist es ein Mineral, das viele Menschen in Deutschland nicht ausreichend aufnehmen. In kleinen, natürlichen Mengen unterstützt es unseren Körper dabei, im Gleichgewicht zu bleiben. Es wirkt auf das zentrale Nervensystem, schützt die Zellen vor oxidativem Stress und hilft dem Gehirn, optimal zu funktionieren. Des Weiteren unterstützt es den Energiestoffwechsel und sorgt für mentale Klarheit. Viele Menschen in Deutschland sind unterversorgt, ohne es zu wissen. Gerade in einer Zeit, in der Stress und Belastungen zunehmen, ist es wichtiger denn je, auf die Nährstoffversorgung zu achten. Lithium beeinflusst zahlreiche biochemische Prozesse in unserem Körper. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Produktion von Neurotransmittern wie Serotonin und Dopamin, die für unsere Stimmung und unser emotionales Gleichgewicht verantwortlich sind. Zudem hat Lithium neuroprotektive Eigenschaften, die das Gehirn vor schädlichen Einflüssen schützen können. Es stabilisiert die Zellmembran und fördert die Gesundheit der Nervenzellen, was für unsere geistige Leistungsfähigkeit von großer Bedeutung ist. Des Weiteren hilft es, die Balance der Elektrolyte im Körper zu regulieren und ist somit auch für die Muskel- und Nervenfunktion unerlässlich. Ein Mangel an Lithium kann schwerwiegende Folgen wie Nervosität, Unruhe, Müdigkeit, kognitive Beeinträchtigungen, Reizbarkeit und Konzentrationsstörungen haben. Gerade in unserer hektischen Welt kann ein Lithiumdefizit dazu führen, dass wir uns ständig erschöpft fühlen und nicht wissen warum. Menschen mit Erschöpfung, Angstzuständen oder Depressionen könnten von einer besseren Versorgung mit Lithium profitieren. Der tägliche Bedarf an Lithium ist gering, wird aber meist nicht durch die Nahrung gedeckt und sollte daher supplementiert werden. Der durchschnittliche tägliche Bedarf liegt bei etwa 1 bis 5 Milligramm. Insbesondere Sportler sollten auf eine ausreichende Zufuhr achten, da ein Mangel ihre Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen kann. Lithium ist auch bekannt als Behandlungsmittel für bipolare Störungen und Depressionen. Studien zeigen, dass es nicht nur die Stimmung stabilisiert, sondern auch das Risiko von Suizidgedanken vermindern kann. Neueste Forschungen deuten darauf hin, dass Lithium auch bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson positive Effekte hat. Die präventive Einnahme könnte somit helfen, die Gehirnfunktion zu schützen. Auch für Sportler ist eine ausreichende Versorgung mit Lithium wichtig. Es unterstützt die Regeneration nach dem Training, reguliert den Elektrolythaushalt, steigert die körperliche Leistungsfähigkeit und kann helfen, die Stressresistenz zu erhöhen. Eine optimale Lithiumversorgung kann zudem die Muskelfunktion verbessern und Verletzungen vorbeugen. Zusammengefasst hilft es dabei, mehr Energie zu haben und die mentale und körperliche Leistungsfähigkeit zu stabilisieren. Wenn Sie also auf der Suche nach einem natürlichen Weg sind, Ihre Energie und Ausdauer zu steigern, könnte Lithium die Antwort sein. In unserem Format Nährstoff ABC warten noch viele weitere spannende Informationen und Gesundheitstipps auf Sie. Abonnieren Sie unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen und erzählen Sie uns in den Kommentaren, über welchen Nährstoff Sie gerne mehr erfahren möchten. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und ein Like von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!